Ihr mögt den fruchtigen Geschwack von Mandarinen auch gerne, probiert doch diesen Kuchen. Einfach die Eier mit dem Zucker gut verrühren. Jetzt kommt die Margarine hinzu, das Ganze gut durchruhen bis zu einer glatten Masse. Jetzt die Prise Salz, das Orangenaroma hier von ein paar Tropfen hinzufügen, dann die Milch und nochmal gut durchrühren. Nun fügen wir noch die Stärke hinzu, kurz durchrühren. Jetzt wird das Mehl mit dem Backpulver hineingesiebt und das Ganze zuerst auf kleinster, dann auf höchster Stufe gut verrühren bis zu einer festen Masse. Wenn das fertig ist, befülle ich die Kuchenform mit den Mandarinen-Scheiben unten am Boden. Ihr könnt natürlich auch eine andere Kuchenform nehmen. Jetzt kommt die Hälfte vom Teig oben drauf. Dann verstreiche ich den Teig noch einmal so, dass halt auch überall in jeder Lücke Teig nachher ist. Dann kommt nochmal eine Lage von den Mandarinen-Scheiben oben drauf. Diesmal aber in anderer Form mache ich wie ein Stern angeordnet. Und dann kommt der restliche Teig oben drauf. Diesen streiche ich dann, wenn er komplett in der Form ist, auch nochmal glatt. Und zu guter Letzt nochmal eine Lage Mandarinen-Scheiben. Wem das zu viele Mandarinen sind, kann natürlich auch weniger hinzufügen. Jetzt kommt das Ganze im Backofen. Du siehst da aus, wenn aus dem Backofen kommt ein goldgelber, saftiger, leckerer Kuchen.